Wird Ihnen präsentiert von DeinMessestand. Angebote für Messebau. Unsere Kollegen vom Customer Service und auch aus dem technischen Bereich, aus dem Außendienst, sind mit vor Ort und können Fragen der Kunden beantworten. Also die Frage, wie kann ich mich bei Toll Collect registrieren, wie kann ich meine Zahlungsweise ändern, was kann ich im Kundenportal machen, wie kann ich mich im Kundenportal anmelden. Oder auch die technischen Fragen werden beantwortet. Wie komme ich zu einer Onboard-Unit, was muss ich beachten, welche Einstellungen kann ich wählen, meine Anzeige hat sich geändert, warum ist das so. Diese Fragen können wir den Kunden hier vor Ort direkt beantworten.